Hi, ich bin Kathi. Und ich bin Sevan. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu Holiday on Ice. Und wir können es kaum erwarten, unsere neue Show euch zu präsentieren mit spektakulären Nummern, mit Talenten aus aller Welt. Es wird vielfältig, es wird spektakulär und es wird der Hammer. Und wir hoffen, ihr seid dabei.